Die Welt ist rund, doch sie ist scheps. Sogar die Mitte ist verrutscht und lehrt langsam aus. So Menge krampft sich einer ab und kommt gleich nirgends hin. Unter Teppichen, Taschen, Lampen, das Geld zum Füllen aus. Wir machen die Erdkuren, Wellness-Ferie. Und der tägliche Wahnsinn planiert fröhlich umanang. Fukushima ist ein Friedhof, Haiti ist ein Grab. Und wir reden über Lifestyle mit dem Gäubchen in der Hand. Es gibt nichts, was es nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Es gibt nichts, was es nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Zum Beispiel ein Designertrink mit Brokkoli-Gschmack. Brot aus der Dose und Wein im Tetra Pak. Es gibt nichts, was es nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Katzen, Psychiater, Hunde, Coiffeur. Zehn Millionen Tonnen Erdweil im Meer. Die letzte Darmgrippe auf Facebook beschreiben. Und die nächste Schweizer für die Fußballmeisterschaft. Und ich bin ein Indoor-Scheigebiet. Es wird in der Wüste, Ferien in Thailand und sonst nachts gibt es höchste. Ein gemütliches Ausflug für Weltraumtouristen. Optimisten, Fetischisten und Philatelisten. Es gibt nichts, was es nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Es gibt nichts, was es nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Zum Beispiel ein Handy mit einbautet Minibar. Ein Openair in der Schweiz und der Himmel ist klar. Es gibt nichts, was es nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Es gibt nichts. Vierstündige Hochzeitsvideos. Nicht, was es nicht gibt. Veganer, Arrmetzgerte und abstinente Winzer. Es gibt nichts. Eine Selbsthilfegruppe für Erdnussallergiker. Nicht, was es nicht gibt. Kimberli Sigenthaler und Jeffrey Welchli. Es gibt nichts, was es nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Es gibt nichts, was es nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Zum Beispiel ein vollautomatischer Zahnstochenspender. Supersieg, auf einem super Radiosender. Es gibt nichts, was es nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Es gibt nichts, was es noch nicht gibt und was es noch nicht gibt, gibt es schon gleich. Es gibt nichts, was es noch nicht gibt und was es noch nicht gibt und was es noch nicht gibt.